Jo, Patronenhülsen, sehr schön. Weißt du, was ich gerade gefunden habe? Patronenhülsen? Nein, Bauplan für Raketenwerfer. Mann, wir brauchen einen Bohrer. Ja, wir brauchen halt nur noch Bohrteile, den Rest haben wir ja schon. Die kriegen wir halt einfach nicht. Der steht in der Hand und ich habe keine Schrautflintenkugeln mehr. So, jetzt dürfte ich fast alles gelootet haben, was am Land ist. Auf dem Land. So. Das wäre eine coole Second Phase. Die steht schon auf Schälzen. Auf dem Wasser? Das sind drei Häuser, nein, am Land. Ja, okay. Es steht zwar auf so ein Gebäude, was wir als Base nehmen wollten, im Wasser, aber ja, wird es nicht so das wahre. Man müsste halt auch mal ausprobieren, ob wenn man einfach bloß einen langen Gang macht, mit Spitzen, ob die dann da durchgehen. Oder ob die einfach so einen Beton irgendwie zu klumpauen wollen. Keine Ahnung. Also sowas wie, naja, oder in der Bergstation sowas machen, ne? Also im Berg so eine Station rein machen und dann, ja, einfach drauf ordnen, wie sie alle tos sind. Und dann, ja, wir schweben die Leichen hier auf der Zugbrücke. ja ich hör kann musst du dich drum kümmern okay bin halt mein weg kein problem ich so fatal mäßig zum einsammeln oder steht schon so und zerlegen richtig weit entfernt aber ich glaube ich vielleicht gibt es ja einen direkten bohrer in der kiste halt ich würde so das wäre ich würde so feiern und spaß man aber jetzt was derzeit als kostenloses game gab am wochenende wo denn auf steam ach so keine ahnung fallout 4 fallout 4 da müsste ich erstmal fallout 3 und fallout new vegas ein bisschen socken ja eigentlich schon aber so fallout new vegas habe ich ein bisschen gesagt aber ich bin nie so recht reingekommen also noch nie in fallout spiel aber ich glaube das war einfach nur weil ich einen schlechteren pc noch damals gehabt habe und da hat das spiel halt einfach nicht spaß gemacht wegen schlechten pc ich bin gerade in einer kantine wo ist jetzt wieder diese kiste könnte diese oben so nie aber nur mal so als frage spielst du das spiel alleine oder spielst du das mit freunden oder mit einem freund zumindest also alleine wenn alleine dann echt hut ab ja kommt darauf an wie viele tage man hat das schafft wird auch wahrscheinlich fünf tage schaffen weil es die erste wurde wird es dich über die erste ich würde nicht mehr bis erste mal gekommen ja meinst du also mit mit der jetzigen erfahrung wo man jetzt haben da würde ich es vielleicht schaffen grünen infizierten polizisten von der reihe und ich habe heute einfach ich bin glaube ich die kiste nicht rein zufälligerweise ich habe mittlerweile rausgefunden wie man im creative modus nach unten fliegen kann oh welche tasse ist denn das c c ja das wäre zu einfach das wäre doch zu einfach ja ich habe mir schon gedacht dass der spuckt aber danke für den tipp wenn er schon gespuckt hat habe ich glück gehabt dass er mich nicht getroffen hat wo ist jetzt die kiste doch da ist sie gott ich dachte schon da brauche ich was zu essen antibiotika und verbandskasten muss man auch an mass haben ja aber die stelle ich ja mittlerweile schon selber wir sind antibiotika heute auch also nicht so geil die kiste ich hätte echt gern mal so ein scharfschützen gewehr oder so das wäre geil das wäre echt nass aber aber nein das spiel hasst uns ja wir haben glaube ich ja manchmal glaube ich das hat echt ich glaube ich das hat wirklich dass uns das spiel einfach hast denn schatz hast du eigentlich schon mal gefunden oder ja nein also wenn der immer an der gleichen stelle ist dann könnte man ja so oft looten das wäre dann zu einfach oder aber es heißt auch der soll da sollen eigentlich relativ hilfreiche sachen drin sein aber irgendwann opfer ich mal was kill points und level mal schatz suche das war mega dumm von mir alter wo zur hölle renne ich hin digger komplett in die falsche richtung der kopf nicht wurscht pumpe ich in die kugeln heute im torso rein ah shit der letzte schuss ging auch vorbei in die fresse lol dann haben das haben sie aber gerade erst rein gepatcht mit den 10 nach unten oder weil jetzt ich war gerade im wasser und mit c kommt man übelst schnell runter wow krass was du kannst jederzeit helfen hilfe nehmen wir immer gerne an oder nicht bin ich komplett behindert jetzt gerade ich führe nicht mehr nach hause hilfemäßig ja hilfe nehmen wir immer gerne an oder oder wie darf man das verstehen ja ob leute uns helfen dürfen ja ratschläge auf jeden fall hätten wir noch nie was dagegen gesagt oder achso ne also tipps und tricks immer her damit schlimmstenfalls sind wir einfach zu dumm dass wir sie ausführen ja oder im schlimmsten fall kennen wir sie heute schon ja das aber war das schon jemals der fall ist schon sehr sehr selten der fall ja meistens sind wir einfach zu dumm dass wir die einfachsten sachen nicht checken da dass man vielleicht mit c nach unten tauchen kann oder ja das wäre halt auch aber ne das das kann mir jetzt keiner erzählen dass das das schon immer gab das habe ich ausprobiert mit c nach unten weil das ist bei was ist das sonst noch bei na bei ww ist x oder aber ich habe x und c habe ich auf jeden fall ausprobiert ww ziehe ich immer nach unten mit der maus wenn ich schneller nach unten bin achso also also aber das habe ich hundert prozentig ausprobiert in seven days to die also das kann mir jetzt keiner sagen ne oder ich war einfach wieder zu inkompetent so dumm ja das können natürlich auch sagen ja das ja das ist ja bei uns sehr oft der fall leider halt echt so hier wäre einfach mal eisen verkommen aber falls du das vielleicht weißt ich meine ich nehme es nicht an ja aber kann man das bag so bauen dass man zu zweit drauf passt oder geht das nicht das will ich jetzt echt gern wissen wenn wir schon einen da haben der sich ein bisschen mit dem spiel befasst hat dann will ich das jetzt mal fragen warum du hast ja irgendwie gelesen ein korb oder so was hast du gelesen Fahrkorb oder so ja ein einkaufskorb kannst du da ja drauf bauen aber der ist halt oh scheiß ich bin so dumm ich habe den gerade runter gemacht was passiert ist alles ist aus dem bag rausgefahren oh shit ja ja vor die dritten werden bestraut das ist halt echt so das bier können wir eigentlich zulegen das bier können wir eigentlich so wir packen das wieder alles rein trinken ich lasse sofort ich muss nur kurz da den ganzen Scheißweg wieder reinpacken den ich gerade rausgeworfen habe unabsichtlich oh geil ich glaube die Scheiße ist gerade die spawn egal wann eh noch ein paar Baupläne wow war der Scheiße geschossen jetzt stehst du schon wieder mitten in der Wand da horde da kriegst du sowieso gleich einen Anfall ey alter ich kann mit dem Jagdgewehr einfach nicht umgehen ich treffe natürlich nicht den Zombie der vor mir steht sondern den Zombie der hinter dem ein ist so geplant Alter Schwede ich kriege einen Anfall ja ich glaube ich habe den Loot jetzt echt verloren der dort in war ne nur Baupläne mein Gott den traue ich jetzt nicht hin und daher was hast du jetzt gemacht oh Scheiße ich wollte gerade niesen und wollte es unterbrechen und heute oder diesmal habe ich keine Zeit gehabt mich noch zu muten äh ja ja aber nichts passiert scheiße achso da haben wir auch schon drei rein da geht es weiter so habe ich die ganze Wand auf heute jetzt gekillt so habe ich jetzt kurz fünf Minuten dass ich mir kurz die Chat-Nachricht durchlesen kann danke also die Schatz-Garten kann man zuhause finden wenn du eine gelesen hast aber noch eine davon hast musst du den Schatz erst finden dann kannst du die nochmal lesen aber der Schatz ist dann an der an einer anderen Stelle und die Schätze liegen so in der zweiten oder dritten Erd-Ebene und das ist hilfreich wenn du Schatz-Suche gelernt hast das ist sehr üblich äh das kann man dann gesagt wird seit ich weiß kannst du das nicht umbauen dass zwei Rauch passen also ich habe noch nicht herausgefunden wie das ging so alles klar okay gehen heute jetzt wer drauf schaue er könnte jetzt höchstens einmal noch schreiben was er wenn er schon mal ein paar gefunden hat was das so vielleicht so in der Schatzkiste drin ist wahrscheinlich zufällig generiert ja ob das eher Baupläne waren oder ob das dann schon geile Waffen waren das wäre vielleicht noch interessant an die Biotika habe ich da jetzt noch drin mein Sprit habe ich noch drin ja ich glaube ich bin ein paar Baupläne verloren ja mein Gott oder sonst sind ein paar Baupläne weg ja määä wir haben ja eh sowieso genügend ähm Coins grad also beim Trader brauchen wir auch nicht groß was verkaufen ja ich ich braune shorts braune mütze ich wäre echt geil wenn sie das mal patchen würden dass man ein Fahrzeug hat und man mal zu zweit drauf rein baust whatever wenn es bloß das Auto wäre ja und wenn es bloß ein verdammtes verdammten 1er Golf einfügen ja nehm ich auch tiefer legen tiefer legen auf der Brücke wieder aufgespießt werden ja das war so geil das war schon lustig das war so geil wie mit der was haben wir da Exile haben wir da gespielt gell ja kauft euch nicht den 1er Golf der bleibt überall eng nein nein ich hab uns sag bei der ersten Brücke ist immer eng geblieben ha 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 Christian hat einen Waffenschrank gefunden jawohl mal wieder ich glaub das sind halt echt ja jetzt muss es wieder regnen die ganze Zeit manometer manometer also es kann so ziemlich alles drin sein er hat meistens äh Edelsteine bekommen die man halt nur bei einem Land verkauft kann was wir halt eh auch schon gehabt haben ok wenn du dich nicht erinnern kannst ja Edelsteine machen aber meistens sind bei so oder Schatzkarte ja eh aber er hat auch schon 509 Millimeter Schuss gefunden oha auch cool ja ich werde das dann ich werde dann mal ein paar Punkte opfern und dann mal Schatzsuche leveln ja komm da kannst du eh mit dem Bike einfach dann hinfahren ja eben dann fahr ich dann einfach mit dem Bike hin BAM fertig aber meine andere Frage ja wie viel wenn ich das so befragen darf ja wie viel Stunden hast du in 70s oder man nur so aber wird mich halt erstmal grob interessieren ja da können wir nochmal Eisen machen ja so so aber es wird 17 und ich muss schauen wir sie nach Hause vor ja das wird schon 18 Wochen ja perfekt ich bin jetzt einmal um den See rum gefahren nice perfekt dann nehme ich jetzt einfach die Hauptstraße und fahr wieder zurück ja da kommts auch immer weiter raus ne ja sicher ich hab halt nen Park damit geht das Rad hin ja das geht dann schon das hat jetzt auch keine 1er Golf aber aber besser wie die ganze Zeit sprinten oh ja da weißt du weißt da stehen eh überall kaputte Autos rum dass du die einfach keine Ahnung in Kipp bauen kannst dass du halt mal so ein Auto flott kriegst krallig wäre auch kein Aufwand weil die Autos sind ja praktisch schon im Spiel integriert also Reifen könntest du finden du kannst Radkappen finden mit Motoren ja echt was fehlt also was fehlt da noch da fahren wir mal nach Hause also also weißt du